Hey! Wo fährst du denn dann? Da ist doch dran. Obwohl... Hm. Ich hätte jetzt ganz gern mal den Aufklärungsschub endlich da gehört. So schön. Weil ich doch langsam mal mich um diesen Punkt da kümmern muss. Das bringt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt hier... sonst wo Truppen vernichten, die uns dann hier aber nicht im Weg stehen. Das hat erstmal Priorität. Ja, und da ist ein VEB wieder. Sehr schön, sehr schön. Und da ist was. Stopp. Vielleicht glückt der Abwehr nicht so weit nah ran. Vielleicht greift er die nicht. Noch nicht, aber... Der Aufklärungsschub doch noch ein wenig weiter ran. Ah, da ist doch schon was. Ja, wohl auch noch was. Okay. Dreck sick. Das ist aber ein Schrauberding. Hä? Ach, du bist von allen Seiten hier. Äh, da kommt noch mehr. Okay, ich brauche meinen Schrauber. Man kann das immer noch mal rein. Ich muss ausprobieren. Oei, 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 oi, oi. Ich bin schon bei jedem ein bisschen lustiges demande. Was kommt denn hier an sich zu hoch. Da kommt ja einiges. Es ist für uns, Pikaner! Was von der Seite auch so aussah, dann... Ah, Kommandopanzer. Gut. Ist gut da. Ja, wo es immer war. Jetzt ist es tot. Wie sieht es denn aktuell aus? Ah, die ist da drüben. Du bleibst da stehen. Die sind da. Die könnten wir theoretisch einnehmen. Oh, hoff ich. Ah, die ist wohl was. Und Missionsziel erfüllt. Sehr schön, sehr schön. Äh... 20 Minuten halten. Nee. Jetzt. Schalten sie innerhalb von uns so und so viele Minuten diesen... Ja, haben wir... Säubern sie einen gegnerischen Verstärkungssektor. Ja, okay, dann machen wir das. Die lassen wir mal kurz auffüllen und dann fahren wir da nach oben. Aufklärungsfahrzeug fährt bitte mal mit da hin. Dann möchten wir wahrscheinlich mal in der Richtung uns erstmal absichern. Okay, ihr da... Ihr... Oh. Oh. Ach so. Ah, okay. Äh, das ist natürlich jetzt blöd. Dafür habe ich auch nichts. Da... Das ist doof. Das ist sehr doof. Aber gut, ein... Von diesem... Lustigen... Eine von den lustigen Missionen. Wir hatten jetzt vielleicht nicht abschließen können, weil ich dafür einfach keine Truppen habe. Ist der Punkt schon eingenommen? Nein, noch nicht. Ähm... Ja... Gut. Kein Weltuntergang. Vielleicht schaffe ich es auch noch. Mal sehen. Mal sehen. Aber 13 Minuten? Wie lange haben wir noch? Naja... Schaffen wir vielleicht sogar noch. Wie sieht es denn aus? Die sind... Daaa? Nein, nicht angreifen. Ja... Oh Gott, das ist gut. Ah, und jetzt haben sie Licht dafür. Oh ja... Artillerie! Das ist unser Meer. Woher wir uns gehen, Herr? Mit uns sind wir schnell. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Hat jemand auch mit uns geschossen? Ja, aber das ist eigentlich gar nicht so richtig. Daaa! Das kommt mir! Okay, da ist noch welcher Wald. Oh, ich habe einiges. Leopard! Und... Ach du... Ach du... Ach du... Ne... Wir müssen erstmal hier oben den Punkt ausschalten. Das hat jetzt absolute Priorität. Weil sonst werden die uns immer weiter mit irgendwelchen Einheiten verhalten. Und... 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 Jajaja... Wenn wir da jetzt Dusch hoch verlieren, das ist auch kein Weltuntergang. Das ist jetzt... Ach du... Hyped Leister! Ja... 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 Wir müssen noch mal die Verstärkung. Ganz dringend. T64 BM bitte. Und jetzt das Ding da zu stören. Los, los, los. Bewegung, Bewegung. Wir haben keinen Aufklärer mit. Hier... Ah... Ich bin in die Luft vom Bruder. Fliegt da hin. Britische. Ach Gott. Briten und Deutsche. Und... Was weiß ich nicht alles. Ja... Gegnerischer Verstärkungssektor ist... Zerstört... Also... Nicht mehr zerstört. Aber er ist... Neutralisiert und jetzt werden wir uns eventuell uns erst einmal... Ja genau... Um die Truppen eventuell kümmern. Weil das ist, glaube ich, wichtiger. Leopard 2... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Das ist überhaupt nicht gut. Ah, wir werden schon eine zerstört sich. Los, die Anzeige auch noch. Los, los, los. Oh Gott, Schrauberunterstützer. Oh Scheibenkleister. Aber wir werden zum Glück versucht und die nicht. Los, zerstört sie. Na? Na? Ja, wieder eine weniger und noch eine weniger. Oh, puh, das ist ein Krimi hier. Wir werden trotzdem mal versuchen, da drüben... Ah, wir haben kein Kommandofahrzeug mehr. Hm, ja. Auf weich... Das ist immer unterwegs alles. Oh Gott, das ist wirklich mal eine Le... Jetzt noch mal eine... Nein, nicht mehr eine T-80. Ach Leute. Hush, weg. Sitzplatz, aus. In den Wald. Nein, nicht mehr eine T-80. Ich bin zu stören. Ach, nö. Ach, nö. Meine Termsspähe. Ah. Und noch mehr Leopard 2 in der Wind regelt. Äh, aber leicht übertreiben? Tun die es auch. Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Oh Gott. 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 2 Minuten 21. Also den Punkt hier werden wir wahrscheinlich nicht halten können, wenn nicht bald mal die... T-64 kommt noch mal den Grund. Oh Gott, da ist schon mal die erste Storffautosysteme. Was kommt denn hier noch alles? Chief Taylor. Äh. Die Missionen können die Wendet abschließend hier drüben wahrscheinlich eher nicht, also was hier alles kommt. Logistik... Ich schicke da jetzt trotzdem mal was nach Jod. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch mal hier, uns da durchzustrehen. Noch mehr Leopold, wie toll. Und noch jetzt zwei A1, also noch verbessert der Leopold 2. Und jetzt schießt Artillerie auf uns. Oh, du... Also wir können den Punkt E nicht halten, wir werden uns jetzt hier zurückziehen. Nee, nicht so weit dran. Das ist zu nahe, das ist zu nahe, oh Gott. Obwohl, jetzt steuern wir jetzt gleich mal hier. Feuer! Die sind schon in Panik, das ist gut. Fedo wurde durch einen Gegner gesichert. Fedo ist das da. Fedo? Anna! Ach! Ach! Okay, die kriegen wesentlich mehr Verstärkung als wir. Und wir haben unseren Aufklärungssuch auch verloren. Hm. Das wird witzig, glaube ich. Ah! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hm. Nee, stopp. Du bleibst nochmal stehen. Also ich glaube, dass wir hier drüben müssten wir gleich haben. 18 Sekunden, das schaffen wir auf jeden Fall. Und dann ziehen wir unseren besten hier runter zurück. Oder hier rüber irgendwo in einen Punkt, wo wir zentral verteidigen können. Weil gegen diese Übermacht, die uns hier entgegen geworfen wird, das geht auf keine Kuhhaut. Wo können wir uns den Team verloren? Ah, hier nichts. Ist in Ordnung. Äh. Hallo, nein. Vorder mal weg. Na gut. So viel dazu? Ach. Ja, füllt euch noch ein bisschen auf. Ne, ne, stopp, stopp, stopp. Ne, ne, ne. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Zwölf Minuten, wir haben noch sechs Minuten sozusagen Zeit, um diesen Punkt einzunehmen. Ja, jetzt hat es das WhatsApp gelegt. Welches eigentlich? Das da drüben? Ja, ne gut. Was soll's? Konstantin verloren. Ja, mein Gott. Wollte lassen den auch noch durchstehen. Stopp. Ähm. Tja, aber die hätte ich doch gern scan alle Missionsziele hier. Wir haben ja sowieso nichts weiter zu verlieren. Was haben wir denn jetzt eigentlich eigentlich? Ne, scherz. Sehr schön, sehr schön. Ah, das geht mit. Ja, ja. Sie werden jetzt alle mal ein Stück ausradieren. Oh Gott. Ach, ich glaube schon da. Nein, aber da kommt er. Ah, jetzt hast du das Ding erwischt. Naja, gut. Ja, gut. Ja, aber gut. Wir werden uns jetzt einfach mal gut sichern und uns verbarrikadieren. Ah, und da sind noch mehr. So, was kommt jetzt? Tschüss.